Das ist meine Tochter. Ab heute ist das die Geierwalle. Es wird halt einmal Zeit, dass sie das tut, für eine Frau, die auch da will. Ich stehe lieber auf eigene Ferse. Willst du sie noch haben? Ja, sehr freilich will ich sie haben. Gut, sie gehört dir. Ich will den Josef. Ich will die Wallen. Die Josef, die ist aus einer anderen Welt. Ich bin dein Vater. Du tust, was ich dir sag, oder? Ich jag dich von Haus und Hof und dann darf ich dich. Das ist mir gleich. Vergiss den Mann. Vergiss er. Das ist ein Jager. Der bringt unsere Schwester nun. Die kann ich nicht vergessen. Na also, schaut her. Die Walle, jetzt ist sie doch gescheiter geworden. Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist das Testament. Das ist das Testament. Jeder Blick von dir, der ist so wie ein Stich in mein Herz. Gott, so kalt ist er dein Blick. Gott, so kalt ist er dein Blick. Ich will sie alle tot! Mein Kletter! Was verstehst du schon von der Lirb? Nix. Ich hab ja alleweilen nur dich gekannt. Mein Kletter! Na, ich hab eh keine anderen Gebäude als dich. Du hast immer geschaut, dass ich genug zu essen kriege. Jetzt auf ihn im Armerl! Das bleibt auch so, solange ich da noch die Kugel dirn bin. Aber gut, wer weiß wie lang, wie lang noch. Und dann brauche ich das, was ich ganz verletze von. Aber da muss ich auch nicht so, wenn das eine Klettert und als Deter. Und dann weil ich ein Klettert. Untertitelung des ZDF, 2020